Musik 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 Am Stieg 9. Mai 2015, der ganz berühmte Annabelle Swapalas, wo Frauen ihre Kleider tusten können, hier im Zürcher Kaufleute, wir vorgesehenen Business-Service begleiten. Das war eine Alltagquise von Irene im Rahmen dieser Marketinginitiativen. Sie ist bei der Tameda Leute gekommen, Annabelle Team, sie haben uns den Auftrag gegeben. Eine ganz tolle Sache, wir machen hier ein emotionales Video für das Annabelle Team, das sie dann online bringen, aber auch noch ein zweites Video für die Sponsoren, dass sie auch hier sehen, was sie für einen tollen Gegenwert haben und natürlich auch ein Making-of-Video für die Cannabis-Service. In dem Sinn, es hat sich gewohnt, heute am Samstag hier zu arbeiten, gute Regie von Irene Vöge und zwei Kameraleute hier voll im Einsatz, ihr könnt jetzt natürlich nicht sehen, ihr seid eben hinter der Kamera. In dem Sinn, bis bald wieder. Beobachtenseig! When it comes to Kunden! Was du schon?' Das ist schade! Wait un� Fuß die dritte Lumu! Bis zum nächsten Mal.